Untertitelung. BR 2018 wenn du es mal links rechts links rechts vorne kippt er lasst du mit Pech schon um Prozent ja das ist ein schmales Bär meiner Lenker auch nicht mehr so richtig ich fahr grad schon an der Bande lang Prozent 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 Quatsch die beiden Schuhen für Neumann auspuffen hätte ich für heute die Halt von mir auf dem Ort Koppelowürde später bestimmt und ich habe meine Mutter aber das ist gut ich habe gar nicht mehr so was also will Wobei es ist schlecht, dass ich meine Motorhaube noch habe. Das letzte Mal habe ich verloren mit Motorhaube. Mit Motorhaube? Ich kann mir den Arsch. Jetzt liegt jemand anders. Lass dich liegen. Tritt nochmal rein. Boah, da liegen die Autos an der Seite. Die sind alle schon eingedellt und so. Ja, ich bin dann gegen. Lars! Ja, was? Oh komm, gib Gas, gib Gas! Lars war da quergelegt. Raus mit ihm, Männer, komm schon! Nein! Gib Gas, Vater! Nein! Der Lars! Los von der anderen Seite, nein! Ey, wie das aussieht, Alter! Angriff! Oh Gott, der Lars! Er schiebt mich raus, ja! Einmal, nein! Nein! Der Lars ist das! Aua! 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 Ey, der Lars liegt da in der Mitte! Nein! 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 Na weh, der sind auch aufgewogen. Ah, die Hupe funktioniert noch alles gut! Ja, ich war ab! Oh Gott! Der Drecks-Hupen, alle! Aua! Ich hab mich mal raus! Nein! Da steht mein Äther! Boah! 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 Na, eh, die stießen mit auf der Bande hier! Ach, komm schon! Hey, KW! Ah! Ja, dann schubst mich mal bis hin hier! Wir kriegen ihn da nicht über die Hecke rüber! Ach, pass auf! Geht schon! Hey, lass mich mal kurz hier weg, ich will irgendwann ins Anschwurm kommt! Ach, ja, lass mich mal hier kurz weg! Ne, denn nicht im Wunschkonzert! Scheiße! Da steht einer! Da steht einer! Da steht einer! Ich komm nicht mal raus! Der steht da! Ich komm nicht mehr raus! Ey, ich glaub, Balle ist schon mal raus! Ja, also, ich geb die Hoffnung noch nicht auf, weil der würde ja noch fahren, wenn ich rauskomme, und deswegen versuch ich grad irgendwie rauszukommen! Ey, jetzt hat ja noch, einer ist schon raus! Also, einer steht da schon und fährt nicht mehr! Doch, ich würd, ich fahrt ich dich erst einmal, ich häng nur ein bisschen fest! Ey, woran? Du stehst nur noch mal fahren! Ja, ich häng mit den Achsen zwischen diesen beiden Zeugen! Äh, nein! Nein, tust du gar nicht! Ja, eine steht sich quer verfahren bei uns und der draus! Achso, ne, ich bin ja hier ganz alleine! Und normal! Aua! Ich werd einfach die ganze Zeit noch gerammt! Achso, hier, du bist hier der... Ja, ich steh hier in der Wand! Nein, ich meinte den anderen! Ne, ey, jetzt sehen wir ihn! Ja, ich glaub, wenn mich nicht noch irgendwer rauskrampt, dann bin ich auch raus! Weil... Es würde zwar noch fahren, aber ich häng einfach hier komplett... So, jetzt lass mich eben aufrichten! Danke! Weg daaa! Wir arbeiten an dieser Walle! Hier kommt der Nasser! Der ist richtig fest geankert hier! Ja, komm schon! Warte! 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 Weg da! Ich nehm Fahrt auf! Vielleicht kann ich ihn rauskicken! Weg da! Ach ja! Ich hab's dir schon ausprobiert, das geht nicht! Ja, England, das hat sich! Ja, ich würde sagen also! Kipp ihn doch auf der Seite, vielleicht geht das hier dann! Ja, komm schon, komm schon, komm schon!! Komm schon! Ja, wie geil, Alter! Jaja, ja, 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 ich bin wieder drin! Oh Gott, du! Ich kann den komplett schief finden. Oh Gott, du! Und der steht! Wer ist das? Ja, ich bin noch drin. Wer ist das hier? Da steht jemand mit nach der Schrecke, fährt der nicht mehr? Ich habe das Ganze schon gemacht! Alter, voil, geil, weg, bist du auf deiner Seite! Cody geht da noch nicht mehr! Cody? Chodiey! Chodiey! Nicht antworten ist auch keine Lösung. Also wie schief meiner ist. Jetzt hab ich gerade eine meiner Rückklappen verloren. Ja, ich komm wieder. Nein! Nein, komm nicht schon wieder! Warum immer? Erlaubt mich! Wir haben uns ja hier gegenseitig aus. Ey, ihr müsstet mal gucken, wie schräg meiner einfach hinten schon ist. Wir sehen das hier, oh Gott. Ey, mag mir wer helfen? Ich bin hier. Du bist raus. Cody ist raus. Verdammt, wie gefällt uns! Aber fahren tun alle noch, ne? Nee, Cody ist schon raus, wieder mal. Cody ist schon auf der Strecke. Ah, hier hängt einer mitten im Sound, was ist das denn? Ja, das bin ich, Just for fun. Na gut, wie du da rauskommen willst, das ist eine Frage. Mein EKW sieht aus wie neu. Jetzt kann ich gute Partnerkräfte. Aber einer fährt doch jetzt wieder von uns, oder? Der hier vor ihm noch stand, der fährt doch. Ja, ich war vorhin eigentlich raus, aber ich fahre. Ah! Cody, weiß ich nicht. Cody fährt auch wieder. Cody fährt. Nein! Oh Gott, die scheiß gar endlich. Weg, ja. Oh Gott. Die Frage ist ja, ob man die Dinger kaputt kriegt. Also deformiert ist er schon. Oh Gott, der will. Irgendwann wird ein Axt abfallen. Warte, wer bist du hier neben mir rechts jetzt? Cody? Was? Nebens. Oh nein! Jawohl. Nein. 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 Nein, 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 nein. Die Axten sind zwar schon zusammengeschrumpft wie so. Komm, Kapptien! Kapptien! Los! Qualmt schon irgendwer jetzt? Ne. Obwohl ich immer auf dem Motor kriege, da ist aber nix, ey. Ich hab sogar noch meine Motorhaube. Ne, die hab ich schon, glaub ich, als erstes verloren. Oh Gott. Hi Warte. Hallo. Und, schönen Tag gehabt. Also ich würd sagen, hier, Just for Fun ist wirklich raus, oder? Bisher schon, außer jemand rammt mich noch raus irgendwie. Oder versuch mich komplett. Ne, ich würd mal sagen, Just for Fun ist raus. Ich glaub da geht wirklich nicht mehr, weil... Ne, du bist weg. Du stehst ja komplett drin. Du stehst ja genau dazwischen eigentlich. Ey, rampe mal bitte, rampe mich, rampe mich. Wer ist das da? Hörmänner. Ich. Ja, danke. Ich war da am Festhängen. Wie hast du das denn geschafft mit dem Hintern da drauf? Keine Art. Alter, mein LKW ist unten schmaler als oben inzwischen. Ja. Alter, Alter. Verliehen schon wieder zwei. Nein! Nein, ich steh noch. Von, da steht jemand. Ist aber keiner von uns, oder? Oh, jetzt geht's weiter oben, das wär so geil. Guck mir da schon wieder entgegen. Bitte. Ich hab das Gefühl, der fährt langsamer, aber... Meiner fängt als zu stottern. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, ist es auch. Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Ich hab den roten nochmal. So, so. Nein! Ja, genau, da willst du noch hin, da willst du noch hin. Nee, nicht so ganz so, oh Gott. Ja, gut, ich lass die Motorhaube dann auch weg bei dir. Ja, die ist schon lange bei mir weg, dass wir irgendwas anderes schon wieder. Ja, irgendwelche Teile fallen immer ab. Okay, ja, Leute. Ich bin so krass, wie gut er... Ey Leute, die qualmen einer von euch schon? Ne, qualmen noch nicht glaub ich. Ne. Bisschen stotternder Motorhaube, aber ansonsten. Aber es sieht halt einfach nicht mehr so richtig nach LKW aus. Ne, wird schon bald so einer Limosine hier. Also LKW sind unser Störberer. Ja, 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 Leute. Ja, ich glaub ich nicht. Ich glaub die können schon kaputt gehen. KOMM, FESCHFELAZEIN! Oh Gott, weg hier! Komm, krieg dich mal raus! Weg hier! Man braucht halt mehr Crashs mit Geschwindigkeit, weil die langsamen bringen ja nicht viel, denk ich mal. Oh, Alter, geiles Ding! Nein! Richtig geiles Ding, Alter! Nein! 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 Komm schon, LKW, komm schon! Nein! Komm schon, LKW, komm schon! Ja! Ja! Warte! Sehr geil, sehr geil, sehr geil! Ja, Walle, warte, Walle steig bei mir einfach rein! Ja, warte, ich stehe hier auch noch! Ja, ich warte, Walle, hier! Walle, besser als bei Cody kannst du nirgendwo einsteigen! Oh Gott! Du musst doch überfahren, wenn ich da auf die Strecke gehe! Ja, dann kann ich doch mal kurz stehen! Nein! Nein! Ich will nicht! Nein! Nein, nein, nein! Oh, Glück für euch! Lass mich mal ganz kurz, ich will nur Walle einsteigen! Ja, aber warum kann ja überall einsteigen? Ja, denn fahrt! Ja, Walle, wir warten auf dich! Ich warte jetzt! Walle, komm rein bei mir! Achtung, freilaufende Person da auf der Fahrbahn! Oh, oh! Ey, rach mich mal bitte nach vorne! Geht ihr komplett raus oder so? Äh, Walle, wo steigst du jetzt wieder ein? Ich steig grad bei irgendwem ein! Ja, bei mir! Viel Spaß! Okay, weiter geht's! Deiner sieht auch noch halbwegs gut aus! Was? Oh nein! Oh nein! Ja, das ist ein schlechtes Oben! Ich bin grad rausgeflogen! Ja, Moment! Damit das du mal mehr eingestiegen bist, bin ich freiwillig, oder? Damit das du mal mehr eingestiegen bist, bin ich freiwillig, oder? Nein! 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 Gott sei Dank! Mein AKW liegt einfach da neben der Palme! Geht ihr weg! Der würde noch fahren, so ist es nicht! Oh Gott! Walle, wenn du willst, kannst du auch in den Edda in der Mitte steigen und einfach Crash machen! Ja, ne, ich bin ja mitten in der Action gerade hier mit ihm! Kann mich jemand mal helfen? Oh Gott, meine Hinterachsen, ey, das geht gar nicht, ey! Zweißen raus! Jo! Jo, hör weg! Nee, so raus, los! Gib ihm auch schon! Oh Gott! Alter! Ey, wie geil! Was das jetzt ist, ey! Nein, ich hab meine Motorhaube schwer sein, gemeinsam eine ganze Strecke rauszukicken, weil so kaputt gehen, hab ich noch keinen sehen! Also ich hab meine Motorhaube, ich hab mitnehmen! Nein! Oh Gott! Nein, was macht ihr mit uns? Nein! Ich muss hier weg! Du sollst doch nicht überall reinfahren! Ey, wer steht da vorne am Straßenrand, ist da noch... Oh Gott, nein! Also drei AKWs schieben uns gerade hier! Hier, nehm ich mit, nehm ich mit, bleib stehen, nehm ich mit! Sag das nicht! Dass ich da mit drin sitze! Ja! Oh Gott! Gib ihn! Okay, jetzt schnell abbauen, komm! Wo steht hier einer am Straßenrand, den kann ich mitnehmen! Ey, ich hab schon Platz gefunden! Alter! Der rote da mitten auf dem Feld! Die gehört denn der rote! Oh! Da steht einer mitten in dem grünen, wen ist der? Ja, nehm ich doch rüber und gebuckst! Wer hat da mein Edda genommen? Ist doch egal! Oh Gott! Oh Gott! Mein AKW ist despawn! Schade! Alter, die Kiste, sie sorgt auch nicht mehr mit, ey! Das ist ja nimmer frei! Nein, 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 nein! Geh weg! Oh! Da sind jetzt drei raus, ne? Ja! Drei sind raus! Ja, komm! Frontal! Frontal! Da war Philipp! Ey, der Philipp sagt, das sieht doch noch gut aus! Philipp ist drin! Lars ist drin! Und ich! Cody ist drin! Ich bin auch noch drin! Oh nein! Nicht so nah am Rand! Okay! Oh Gott! Philipp macht den Abgang! Ja! Wir sind zu zweit, ich habe einen reingelassen! Oh nein! Oh, was machst du denn Lars? Ich bin hier drin! Komm schon, stell das Ding auf! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ich musste gerade rein, ich kann nicht ... Philipp will noch zuhören! Oh nein! Komm, gib' Lars! Woll ihn dir? Woll ihn dir? Ja, ja, ja! Woll! Jawohl! Ah! Ja, er ist das! Genau, da hinten, das ist er! Ja! Ja! Wir wollen die haben! Ja! Ah! Ja! 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 Ja, schwimm mal auf die Straße, dann mach ich die Platte. Wow, Alter, dieses Auto, ey. Ja, 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 rein da, rein da, er liegt, er kann sich nicht wehren. Ja, komm, schmeiß ihn raus jetzt. Er kann sich nicht wehren. Das schafft man alleine, glaube ich. Ja, im Endeffekt muss man wahrscheinlich immer... Da hinten der, der liegt doch schon. Welcher? Ja, rein da. Rein da, rein da, alle rein da. Geh mal zu Hause, Alter. Wir wissen das eigentlich. Cody, Cody. Cody ist mit dem. Cody braucht hier keiner. So. Das ist nicht gut, wenn wir von der Hand mitkriegen. Ja, auf den anderen Rand. Na, anderen Rand. Ey, nicht mit, nicht mit. Na, du hast nicht raus. Na, du bist doch nicht auch wo draußen hier. Will, ey. Das ist denkbar unfrech, wie du jetzt steh. Ey, da, Na, du. Sie fass aus wie Neubahn, ne? Danke, dass du mich rumdrehst. Alter. Alter. Ey, hat von euch schon mal einer geschafft, komplett auf den Kopf zu liegen mit dem LKW? Nee. Nee. Aber wenn man auf der Seite liegt, kommt man zum Rund zurück. Den Tuck bist du. Ich hab Sterne. Weg dich. Ah, nein. Ich würde da hinten auf den LKW raufsprengen. Ich bin hier weg. Oh, Whitney ist wieder die Bullen geholt. Cody. Nee, Leicester ist mir vor's Auto gesprungen. Leicester? 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 Warte, nein, ich hab die Bullen schon, bin sie los. Aber wir nehmen uns jetzt seit fünf Stunden auf übrigens. Cool. Oh, Leute. Die erste Stunde war ja selber sucht, also viel. Aber alle dafür, dass es zwei Stunden werden sollten? Ja, gut. Wir sind ja... Ja, nein, 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 nein. Wer fährt damit ein Quad über die Reppenbar? Ja, selber schuld, ey, ey. Das bin ich wieder. Wer ist auf'n Quad? Wer ist auf'n Quad? Überfahrt ihn! Hau auf ihn! Holt mich doch, holt mich doch! Der ist quasi zu schnell! Und da kommt auch einer entgegen. Ja, 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 ja. Alle Hörmänner! Da war ein Damage gekriegt, warum hab ich Damage gekriegt? Und weg hier. Wer ist auf'n Quad? Ey, warte, schub mir das Quad. Weiß, was man auch mal versuchen müsste, wenn man schon LKWs hat? Wie weit kann man ein Auto damit deformieren? Zwei gegen ein Auto, ja. Ich stell' mein Wetter bereit. Zwei wär'n genug, ja, der Ende ist. Neuwagen holen, ungepanzert, der irgendwo steht, dann der eine auf die einen Seite, der andere auf die andere, komplett Vollgas und dann beide in der Mitte treffen mit dem Auto dazwischen. Jetzt fahren wir alle hintereinander im Kreis, oder was? Sehr langweilig. Ey, ey, ey! Ja, komm, der Ende ist was hinten rüber. Nein, ich hänge auch vor... Scheiße! Ja, von hinten! Ey, ramp mich mal! Nein, bitte! Nein, der ist ja raus, ich hab's verfahren. Dann... Ich bin raus. Aber die Hüpfung schon aus dem LKW-Dick hier. Sind wir drinnen, wenn ich wieder auf die Bahn schaffen würde von hier? Nein! Nein! Na wieso, quitsch! Also ich hab' auch die Hüpfung! Scheiße, unsere Klappe ist auf! Ey, jetzt erst? Sag mal, kann die Carreo überhaupt noch... Also ich bin auch raus! Pfff! Motor springen dann an! Da steht einer! Wer wir? Ja! Ja! Oh Scheiße! Hinten rechts! Oh Gott! Egal, das fährt nur... Bei weh ist der Motor aus? Bei mir! Thorsten! Ja, dann auch einfach stehen lassen und... Ja, bin ich. Bin schon rausgegangen. Wo stehst du denn? Nur mitten rüberfahren? Ja! So richtig, richtig! Ja! Ja, der hier vorne quer steht! Ja! Ja! Wie viele stehen in den Zusatzraum? Vier! Ja, Männer! Ja, hier ist gerade vier auf einem Knubbel. Ist noch irgendwo jemand sonst? Kommt alle auf, Lars! Wies auf mich! Du hast das letzte Rimmel gewonnen! Stimmt! Das ist eigentlich ganz gut, dass ich bei dir mit drin bin, Lars! Also wenn man Lars umbringt, kriegt man aus dem 9000! Oh! Ich dachte, das ist... Leuchtet schon mal wehen? Lars! Was? Wir kriegen das hin! Lars, jetzt täuschen mich nicht! Nein, nein! Danke! Ja, Gott sei Dank! Nein! Das war der Platz! Ich halte voll drauf zu! Fahr das Quot um! Lkw ist bei der Paarungszeit! Also der hier ist raus, jeder hier ist eh! Ja, der ist auch raus! Hätte ich mal in den Rampwehrei wieder drin gewinnen! Ich bin glaube ich jetzt nur auf fünf. Eins, zwei... Ne, vier! Oder? Vier! Vier Stück fahren noch, ne? Ne, das sind zwei und hier sind zwei! Wir müssen über irgendwelche in eine andere Richtung fahren! Ne, das sind fünf, ja! Fünf fahren noch! Nein! Wer rammt uns denn gerade hier auch raus eigentlich? Cody ist das! Alle auf Cody, man! Ja, aber auf mich! Ich hab bald Lars raus! Ah, danke! Lars, du machst das, oder? Ja, ja klar! Du kannst nicht nur fliegen, oder? Du kannst auch fahren! Ey, scheiße! Na ja, das haben wir gefahren unter Beweis gestellt! Nein! Ey, mir fällt gerade ein... Oh, Quats, 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 Quats! Alter, ey! Die Autos! Wir fahren mit anderen Spielern! Ey, Leute, wer mich killt, kriegt immer ab 7000! Wer da ist killt, kriegt 9000! Ey, warte mal kurz! Ich hab's ein bisschen Angst für Cody! Hat irgendwer denn schon einen Platten außer uns? Weil wir haben hinten einen Platten! Ja, das tut ja hier nix groß, weil wir ja auch eh keinen Grip haben! Ja! Ja! Kommt jetzt eigentlich noch einer entgegen, oder? Wir haben jetzt alle... Da vorne rangiert gerade! Nein! Rainer! Rainer! Nein! 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 Doch, der ist raus! Der kommt da nicht mehr weg! Der kommt nicht mehr, oder? Der kommt nicht mehr rein, oder? Der kippt! Von der anderen Seite muss jemand reinfahren jetzt! Scheiße! Fahr rein! Raus mit dir! Wer ist denn das eigentlich? Ja! Oh nein! Vorsicht, ich will aussteigen! Vorsicht! Ah! Ah! Eins! Zwei! Drei! Das war's dann! Dann sitzt nur noch drei! Ich komm rein! Ich komm rein! Ich komm rein! Ich komm rein! Ey Leute, ich bin wieder drin! Ich bin drin! Was? Du bist wieder drin? Ja! Komm hier! Und sei es langsamer geworden! Nein! Nein! Walle! Hör mal, hat auch erledigt! Walle, wir sind nicht mehr so schnell! Ey, Walle! Nein! 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 Ich bin mir komplett draus und jetzt bin ich wieder komplett drin! Also unser Wagen fährt nicht mehr lange glaube ich! Das glaube ich auch nicht! Qualmen wir überhaupt nicht! Ne! Frage ob die Dinge überhaupt qualmen können! Ja! Können sie! was wir sind nicht mehr explodiert also wenn du drauf oder leider haben wir haben wir noch ein platt nur irgendwo das gleiche was als erwerb wo weil es schleifend was an dem teil ja hinten der reifen ist halt platt ja aber das war ja vorher war aber trotzdem schneller die Achsen sind so nah beieinander die Räder da Alter kann man nicht mehr fahren was wir hier machen wie gut wie rum aber wie viel schneller die anderen einfach sind überrunden ey ich häng hier fest mit dem Arsch ich glaub bei mir hat die Scheidung sozusagen ich halte kein Stück mehr wer ist das nochmal kurz von der Seite kann man der der mit stinknormal mit dem Auto hier lang fährt ein bisschen aufhören ja der sollte nicht rammen weil das ist scheiße nein der hat mir nur geholfen ich hatte ja eben deswegen ja trotzdem denn Auto hat nichts auf der Strecke zu suchen richtig ja aber ich hätt noch fahren können ja die anderen könnten auch noch fahren während sie auf der Strecke richtig ja aber ich war ja noch auf der Strecke ich konnte mich nur nicht bewegen ja richtig und nein wenn du nicht von anderen weg gerammt wirst dann aber er fährt auch nicht mehr so schnell aus ne 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 komm fahrern rein da kommt jemand entgegen man muss die Fall echt versuchen aus also raus also nicht nach innen sondern außerhalb aus der Strecke zu hauen weil dann ist man ja wirklich raus ja aber auch wenn du hier drinnen hängst dann bist du auch weg ne ich kann wieder rein ja wenn nicht natürlich einer rein rammt aber oh Gott ein bisschen Angst wer schiebt denn uns hier ich oh Gott ach Noah ja da Lars hängst du bei uns drinnen oder ne ne komm raus 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 nein Lars nein Lars hör auf du musst dich nicht auf hängst ha einmal hupen er ach 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 wenn du jetzt einer kommen würde zum ram wäre perfekt du mein fix aufk ne ach okay da kommt einer praktisch tschüss oh 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 Gott nimm mich mit nimm mich mit nimm mich mit nimm mich mit mit ja wer auch immer da an der Seite steht, die Keichblick mitnehmen ja ich steige ein bei wem bin ich denn jetzt? bei Cody bestimmt? ja versteht er aus dem Kern oder wie das da heisst Alter wer steht hier fest? ach Cody ich muss schon mit der Handbremse nachlenken hahaha und da kommt einer ja oh schau wir müssen uns erstmal zusammensuchen weil alleine glaube ich ist schwer jemand rauszuhauen ich glaube wir haben den richtigen den kennen wir ja schon so wer kommt denn da jetzt? der Philipp crash ein crash ein crash ein du kannst du nicht mehr fahren oder was? alter du hast mich von der du weißt schon das ist der Eingang alter seht das auch als raus? was? jemanden da hinten in die Ecke zu drängen? nein ja ne das ist ja offen da ja gar nix für du musst halt schon entweder über den Zaun geschubst werden was macht ihr da? ey wieviel leben wir überhaupt noch? 3 uuuuuh 4 dachte ich oder? ne der werden wir noch raus gib Gas gib Gas glaub ich oder nicht auch irgendwie so richtig schwer Tränengas ey ja lenken geht schwer oh Cody wir schleifen unsere Räder auf manchen Seiten kann das? ja los Lass uns mal links nein 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 das macht auf jeden Fall lustige Geräusche oh ja also jetzt wirds schon wieder Abend haben wir jetzt den ganzen Tag hier ja ja ich bin da angekommen alter ich komm hier nicht weg hör auf gut darauf festhalten es sind noch zwei weiße und zwei ey schnell zu mir schnell zu mir den können wir wegrammen hau abzule los rein da rein da hau ihn raus ihr fickt mich hier nicht raus hier ist ne Hecke ist der denn ist der denn raus oder mal eins oder nein ich bin nicht raus aber der Typ lässt mich nicht weg wende doch eben wende doch eben dann kannst du noch mal rein crashen wieder da hallo Cody hier bin alter lass mich doch wegfüllen Autofahr oh Gott ja Cody wir sind schneller vorwärts als du rückwärts war ich sicher? ja siehste doch ja siehste doch